Hallo, ich bin Lea und seit zwei Jahren Sprecherin der Amnesty-Jugend in Deutschland. Und wie viele andere junge Menschen setze ich mich dann seit mehreren Jahren für Menschenrechte bei Amnesty ein. Und es freut mich wahnsinnig, heute hier zu sein und so viele Menschen hier zu sehen. Und zu sehen, dass sich so viele zusammengeschlossen haben und zusammen für eine offene Gesellschaft einstehen. Aber in einer Zeit, in der Menschenrechte, wie Marco schon gesagt hat, immer wieder angegriffen werden, dann ist es umso wichtiger, auch im Alltag, in der Uni, in der Schule, auf Arbeit und auch zu Hause, sich einzusetzen. Und zum Beispiel Diskriminierung und Ausgrenzung, sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zu stellen. Den Finger in die Wunde zu legen und aufzuzeigen, welche Missstände es in der Gesellschaft gibt. Und einfach eure Meinung zu sagen und sich zu äußern, was einem nicht passt. Also setzt euch ein. Vielen Dank.